So, es gibt wieder was interessantes, selbst aus dem Wohnzimmer heraus, ein Sperber. Und der Sperber ist im Prinzip der Singvogeljäger schlechthin. Also alles was so kleine Meisen sind, kleine Rotkehlchen und Amseln, was fängt der alles? Jetzt ist er losgeflogen. Vielleicht hat er was entdeckt und schnappt es sich. Also ihr seht, selbst im Wohnzimmer immer der Natur auf der Spur bleiben und bleiben sie fasziniert.